This is the point of Switzerland Michelle und Ralf haben wahrhaftig grosse Aufgabe von Stephanie und zwar den Klassiker Love von Ned King Cole Dass das aber definitiv gut kommt, davon könnt ihr selber bezeugen Sie fangen jetzt gleich an mit dem Soundcheck. Reinschauen Ich habe das Lied zuerst gar nicht gekannt. Ich war ein bisschen schockiert und dachte, ups, und dann habe ich gehört, dass es Swing ist. Dann bin ich gerade nochmals aus allen Wolken gefallen. Mittlerweile haben wir das gut eingefädelt und ich glaube, es kommt gut. Für mich ist es einfach witzig. Ich habe mich als Rockmusiker oder Rocksänger angemeldet und bis jetzt singe ich einfach Jazz. Ich glaube, wir haben diesen Song wunderbar umgesetzt in einer etwas theatralischen Art und Weise. Und ich glaube, es kommt gut mit Michelle und mit mir. Ich merke auch, wie er mich unterstützt und ich versuche natürlich auch, so weit wie es geht. Und es ist natürlich schon, obwohl es ein Battle ist, auch ein schönes Gefühl, nicht alleine zu sein. Also, trotzdem noch jemand so neben einem zu haben. Ich habe zwei so ein spezielles Paar, das muss ich schon sagen. Also, ich finde es extrem schön, dass sie so unterschiedlich sind. Der Ralf bringt da wirklich eine sehr tiefe, männliche Stimme. Und sie bringt eine sehr klassische Popstimme. Und das habe ich jetzt versucht zu verbinden und in so einem alten Song zu lassen. Also, ich erwarte von ihr zwei schon, dass da etwas kommt. Also, vor allem auch, dass sie etwas Spezielles in unserem Song machen. Du sagst sehr viel «Chill», 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 «Chill». Kann man das sagen, zieht sich so durchs Band? Ja, «Chillen», «Chillen» einfach. Wirklich, das klingt so, wie es… Aber es ist wirklich so. Also, das habe ich in den letzten fünf Jahren wirklich gelernt. Entspannt sein und das einfach geniessen. Das ist… Vielleicht Sänger, weisst du, Sänger sind… Ihr müsst wissen, Sänger sind immer das Schwierige. Sänger können sich immer so ein bisschen unter Druck setzen. Und Sänger müssen unbedingt chillen. Gut, dann chill ich mich jetzt mal hier in die Sessel hinein und höre Ralf und Michel zu. Ich freue mich. …. Das ist die Tov wäsensten Z transparente. 검찰.